So, wir sind zurück. Mit Schildkleidung. Fahrt los, ihr faulen Säcke. Auf mich müsst ihr nicht warten. Ultramarinenblauer Wasserfall. Wo Strang finde ich? Auf dich? Ich-B tenho. Säcke. Säcke. Wir sollten uns sehen. Ich kann damit irgendwas machen. Ich glaube, es kann kein Geheimnis sein, dass es das mitnehmen kann. Wir finden einen Vorteil dafür, ich bin sicher. Und keinen Winkel der Welt unerkundet lassen, wenn du deine Sammlung vervollständigen willst. 240 ist auch nicht so viel. Hier wird's Goblins geben. No, es gibt keinen Geheimnis. Die Early Christianen bekommen die Wurz, wie sie sagen. Keine Person kann sich gegen sich mit Grafik. Können ausdauern mehr. Nolle nehmen. Boah, dieser Bewegungsimpact, wenn du einen Gegner triffst oder sonst irgendwie mit dem Interagieren, das ist schon heftig. Außer der Bewegungsablauf vom Zyklopen vorhin, das sah alles so schick aus. Au, du dämliche Schild. Au, du wirst. Au, du wirst. Au, du wirst. Au, du wirst. Also das Ausrufezeichen ist manchmal auch nur ein Hinweis darauf, dass irgendwas da ist, so wie jetzt zum Beispiel die Schatztruhe hier ist. Das ist dann ein Notificator vom... von den Vasallen. Ingredients are plentiful hereabouts. Das ist es, ich habe genug. Achso, Entschuldigung. Ich habe, äh, ich muss nur meine Waren mal weglegen. Danke, Sassy, für deinen Prime Sub. Ich habe, äh, ich muss nur meine Waren mal weglegen. Ich habe, äh, ich muss nur meine Waren mal weglegen. Okay, jetzt könnte ich den Händler wohl auch angreifen. Ich habe, äh, ich muss nur meine Waren mal weglegen. Ich habe, äh, ich wusste, es wäre so. Ich habe, äh, ich muss folgen... ...Vridilaus. Oder Vridilaus. Je nachdem, wie man es betonen will. ... ... ... Bleibt auf der Straße, mein Freund. Das ist in Ordnung, wie ein Material. ...material. Das ist der selbe Sound wie bei Morhun damals. Runter mit dir. Ja, das wär geil, wenn da unten Gegner wären. Vielleicht brauche ich ihn ja für irgendeine Quest. Und ja, Fallschamen gibt es. Da vorne steht noch jemand mit einem Stein. Würdest du mir gerade sagen, dass da oben noch irgendwo eine Kiste ist? Dank fürs Folgen, Cain. Oh, hier ist wirklich noch eine Kiste. Danke Rengarox für deinen Prime Sub. Aber es ist schon ein sehr schönes Spiel. Und wir sind ja noch in der Natur. Wir sind noch gar nicht in der großen Stadt gewesen. Ich werde diese jetzt holen. Ich bin irritiert von diesem Stein. Ich bin irritiert von diesem Stein. Ich wusste nicht, dass die angreifen können. Ich bin irritiert von dem, dass wir nicht mehr in der Natur gehen müssen. Ich bin der Geist. Ich kann mich nicht mehr in service zu den Erinnerungen. Apli-Seg. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow and mind the ceiling. Right, speak up, should you note it ought amiss. Also, dass da unten ein toter Zyklop ist, sollen wir was sagen, oder? Du hast ihn in den Schwanz abgeschnitten. Da ist ein herrlicher Anblick. Die Landschaft scheint sich in alle Richtungen zu entfalten. Das ist derselbe Zettel wie bei der anderen Statue, die wir gefunden hatten. Wakestone Shards are treasures to be prized. Though, only when made whole, can they work their magic. We ought to keep it with care, lest we lose it. Saurians Master. I suppose I'll handle this. Äh, mein Schadens-Output war jetzt nicht so gut gegen den. Ihr macht das schon. Tschüss, Leo! Toll. Und da kommt der Feind. Tschüss, Feind. Leo, ich kann dich nicht holen. Das bin ich Leo. Doch, Leo. Okay. Wer hat dich denn ausgegraben? Bob ist der Haupt und Gu daneben. Die Spieler haben einfach keinen Geschmack. Nee, wir dürfen hier nicht lang gehen. Ohne Kack. Wir werden hier geschnetzelt an der Ecke. Ist ja schön, dass wir jetzt einen stärkeren Vasallen gefunden haben. An impressierter Sicht. Wir können vieles von der Land ausfüllen hier ausfüllen. Vielleicht können wir einen Moment nehmen, um die Szene zu spüren. Das ist wahr. Jetzt, was das könnte? Wir müssen uns überlegen, wie es besser geht. Dann zeig mir den Weg. Go! Oder gru! Ach, da ist die Truhe. Es sind überall Portale. Mein Charakter möchte übrigens einen Körper auf dem Land machen, was bedeutet, dass der Fallschaden zu hoch war. Und ein Flachkörper ist übrigens einfach flaches Aufkloppen. Ein von uns war Grinch. Gut geholfen. Wenn Leute so wie das werden hier fertig werden können. Ich habe es für jemanden nicht getan, aber es geht nicht. Schütze den Bogen, Schützen! Oh! Oh, Gott! Oh, Gott! Geh doch mal da- wie in einem Ubisoft-Spiel. Du bist gut von den Fingern, wenn du eine andere Mahlzeit kommst. Keiner hatte vor dich anzugreifen. Hast du das jetzt ins Gesicht gespuckt? Da war zwar eine Truhe, aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir die töten wollen. Die Töne 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 Ja, ja, alles gut. Gib das, du hattest den Meister, es war Sein, zurück. Ich hab für die Hose eh keine Verwendung. Bin einfach ein netter Typ. Hab ich ganz nett, dass du kochen kannst, um die Leute zu buffen an den Lagerplätzen. Aber dafür kostet die Ausrüstung dafür so viel. Ach, erzähl nicht. Alle Monster verprügeln wir. Ja, okay, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Dann wieder weg. Ich muss dich auf den Karten schreien, um die Karten zu schreien. Die Teamwork ist die Karte. Keine Worte, ich weiß nicht, was ich. Wir sind nicht verabschied. Es gibt keine Zeit, die Zeit zu schreien. Die Moment der Krieg ist entstanden. Wir haben das. Was ist das? Mein Gott, fahren die aber schnell um. Der hat sie jetzt echt am Arm runtergezogen. Super! Dieses Foto ist bemerkt, dass ich meinen Master von außerhalb der Rift erledigt habe. Jetzt kann ich einen erfolgreicher Hunter reporten. Achso, du solltest für einen Master einen Dicken töten. Ich weiß nicht, ob der Bogen in irgendeiner Form besser ist. Ne, es ist nämlich ein schlechterer Bogen. So, den Käfer benutzen, damit ich mehr tragen kann. Ich glaube nicht, dass wir bei so einem kleinen Umweg hier... Ist das scheiße? Ist das die Klopenkacke? Ich denke schon. Ich glaube nicht, dass wir das machen wollen. Ich denke, das hier ist gut. Ich denke, ich kann doch nicht mehrmals aufschrauben. Ich denke, ich kann doch nicht mehrmals aufstehen. Das macht man übrigens nicht bewusst. Wir machen ja einfach so nach dem Kampf untereinander. Sich gegenseitig mal abklatschen. Scheiß positive Welt. Für die Demokratie wird abgestatscht. Hm, ob ein Schatz hinter dem Wasserfall ist? Okay, ich lasse mich jetzt nicht mehr so massiv ablenken. Wir müssen zur Hauptstadt. Wir kommen eh aus der Hauptstadt wieder raus und müssen... Also wir werden auf dem Weg noch genug Kämpfe bestreiten müssen, bis wir in der Hauptstadt ankommen. Oh, 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 oh. Wo ist der Dicke Arsch? Ich dachte, sie sind eine Dame. Was macht die hier ganz alleine? Mitten im Wald. Ich bin Kräuter sammeln für meine Tochter, die ist krank. Ja, immerchen. Dann gehen wir schnell nach Hause. Tochter wartet auf die Medizin. Dann gehen wir mal. Und ja, ich trage zu viel. Und sobald du aufs Schwer bist, läuft der schon bedeutend langsamer. Was hört hier und wo ist was? Ich habe gesehen, dass unser Pfeil unverbalancet ist. Es ist kein längerer Zeit, um zu streichen. Der Moment der Viertel ist in der Hand. Lass uns das jetzt enden. Ich habe keinen Ahnung, was das ist. Ich glaube, da ist ein Werbeer im Ganzen. Schlau! 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 Ich habe keine Zeit für euch Kleinen. Ich habe den Angriff auf den Angriff. Schlau! Schlau! Der normale Pöme darf auf einen Uhr spielen. Ich habe das für ein Schwer zu sparen. Schlau! 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 S х Lut doctrine schuss! Boah! Galant! Wie geil ist das denn? Ich weiß zwar nicht, was Leo an dem kleben will, aber... Geil! Leo, rettet ihn! Rettet er mich auch? Ich würde sagen, ich bin frei. Oder auch nicht. Ich bin so wütend, dass ich alle Kissen zertrete. Oh, best bet. Nice, Leo. Obwohl, Klor kann ruhig sterben. Ich könnte vielleicht doch die Karre nehmen sollen. Na, komm, ich bin so nett. Boah, wo kommst du jetzt plötzlich her? Geh und ich runterfallen. Ich werde es sehen, dass das nicht wieder passieren wird. Rettet not. Ich werde die Planen wegziehen. Begge, nur ein Moment. Ich würde sagen, dass es ein Aughtes zu finden ist hier. Sieh ich den Schatten der Haare ab hier. Ich würde sagen, dass es ein Aughtes zu finden ist. Ich würde sagen, dass es ein Aughtes zu finden ist. Ich würde sagen, dass es ein Aughtes zu finden ist. Ich würde sagen, dass ein Aughtes zu finden ist. Ich würde sagen, dass es ein Aughtes zu finden ist. Weil wir dann doch ziemlich angeschlagen sind. Ich würde sagen, dass es ein Aughtes zu finden ist. Also der immer im Wald so gekocht hat. Das war immer eine Dauerwerbesendung. Die haben nicht live geswamt. Das war von irgendeiner Marke für Zubehör für Camping und Bratpfannen verkaufen. Die auch unter schwersten Wetterbedingungen funktionieren. Wir haben ein Material gefunden. Ja. Fürs nächste Campen. Die haben ein Aughtes zu finden. Das ist ein Aughtes zu finden. Das ist ein Aughtes zu finden. Ich würde sagen, dass es ein Aughtes zu finden ist. Und es ist ein Aughtes zu finden. Und es ist ein Aughtes zu finden. Es gibt nicht irgendeine Pfanne, sondern es gibt nur die Pfanne. So wie meine James-Oliver-Pfanne. Steck mal Waffe weg. Hm, hm. Da ist ein Tag und eine Nacht lang gemeinsam. Belohnung Lazarus-Steinsplitter. Dann kommt. Da ist die Hauptstadt. Wir haben unterwegs unseren Schurken leider verloren. Er wurde von irgendwas aufgehalten. Frey, allow me to open your chest. Ach, aus gefaulten Sachen kann ich Lampenöl herstellen. Hmm. Hm. Du sagst mir grad, dass hier noch eine Kiste ist. Nee, normal, sie sagen mir nicht. Oh, ich hab genau in dem Moment, wo er die Kiste markiert hat, hab ich die Kiste geöffnet. Das ist manchmal ein bisschen undurchsichtig. Tja Leo, das alles wird bei dir gehören. Das Öffnen von verschlossenen Türen. Sie können durch Schlüsse oder Mechanismen geöffnet werden. Das kann eine bloße Frage des Timings sein und solche Türen öffnen sich zu einer bestimmten Tageszeit oder sobald du an einen bestimmten Punkt in der Geschichte gelangst. Merke dir alle interessanten Türen auf die du stoßt und versuche sie später erneut aufzusuchen. Ich sehe, dass sie verschlossen ist. Einer von euch nimmt mich auf die Schulter. Und dann kloppen wir da rein. Unsere Türen. Looks like my luck's run out. Keine Panik, keine Panik. Ich hab überhaupt nichts getan. Keine Panik. Ich spiel mit einer 40-90, äh, ja. Ich spiel einfach mit einer 40-90. Und die FPS-Zeilen sind gelockt hier. Also ich hab sie gelockt auf 60. Das hat was mit Stromrechnung auch zu tun. Rinder eines Zimtbaums. Ein medikantes überschüssiges Öl auf der Haut entfernt. Schwächung und durchtränkt werden dadurch reduziert. Ich spiel einfach mit einer 40-90. Bestärkung und Magie erhöhen. Gewicht geht mir jetzt schon auf die Nerven, aber so ist das halt. Später kann man ja ein bisschen mehr tragen. Dann. Ich hab Dokumente vom Hauptmann. Ich kann dich nicht impedieren, dann komm mit mir. Ich muss auch direkt daran denken, dass die Rolle wirklich geöffnet wird, wenn bei anderen Spielen, der Charakter einfach nur vom Kopf gezeigt wird und es wird nur angedeutet, dass er irgendwas machen will mit den Händen. Ubisoft. Das Arisen, das jetzt in der Palette liegt. Indeed, er ist unser Sovereign und der Rechtvoll Ruler von Vermund. Es folgt, therefore, dass dieser Ruffian vor uns ist nought but ein Pretender. Du musst submit zu Fragen. Wenn du dein Leben wert hast, du will nicht attempten zu fliehen. Ich werde die Interrogation selbst machen. Genug mit dieser Farce. Your anger is well justified, and I shan't deny you it. However, I am obliged to make you aware of your situation. Your rival would have robbed the Queen Regent Gisa of everything. During the time of the previous Council, she acted as a Queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the Council's passing, when it was all but certain that her son would take his father's place. Word reached the castle that the Arisen had been found. To Deesa, your majesty's very existence is nought but an obstacle to her own family's continued prosperity. The assassination of the Arisen is an impossible feat for mortal hands. Thus, Deesa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds. In order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. Following that, she prepared a replacement to serve as the Sovereign in your stead. A mere puppet. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Deesa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in a tavern that we might discuss them. This one's cleared of all suspicion and has my permission to remain in the capital. You are to trouble a good sir no further. Are we clear? Thank you. The Arisen will be told by all the troops, I will be told by all the troops, I will be told by all the people. I only pray, my watch finishes without incidents. Pray, forgive me, I'm in a bit of a hurry. Consarnate! Get back here! Dieb. Die Frage ist nur, hat er mich jetzt auch bestohlen? You there! Did you see an urchin in a cap run past just now? Can you tell me which way he went? Many thanks. I'll catch that wretch yet. You're a kind one, aren't you? So müde, könnte überall ein Nickerchen machen. An Oxcart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only during the day. I hear you. Not at all. Not at all. Now I've got to step into it. Jetzt ist es passiert. Das ist ein Traum, das ist. Oh, das ist etwas merkwürdig aussehende Kind. Ja, wo ist dein Großonkel? Ich möchte mal eine Belohnung haben. Ich habe keine Ahnung, dass sie herbekommen sind. Sie haben meine liebsten Dank für sie helfen. Die Frau ist immer auf ein Fools'erend oder andere. Für mich immer. Als sie eine Idee unter ihrem Bonnet hat, ist es einfach keine Ahnung, sie zu tun. Jetzt hör es nicht. Aber ich würde Ihnen ein Verkauf an meine Wehrs geben. Bitte, es tun Sie es gut. Wollt ihr? Welcome and well met. Rabatte, rabatte, rabatte. Placierte Dose. Ein Souvenir verkauft von einem Händler, der nur mit solcherlei Schmuckstücken handelt. Im Infach kann etwas kleines auch bewahrt werden. Es hat aber bestimmt irgendetwas besonderes damit auf sich. Waffenverbesserung. Wenn du dir erforderlich Materialien zur Hand hast, kannst du deine Waffe in jedem Laden mit einer Esse verbessern. Erwege deine Waffen entsprechend deiner Stufe und deinem Kampfstil zu verbessern. Schmiedestile. Es werden verschiedene Schmiedestile bei der Verbesserung eingesetzt und jeder führt zu einem anderen Ergebnis. Wie einer moderaten Allgemeinverbesserung und einem signifikanten Anstieg an Magie oder Macht. Wähle den Stil, der am besten zu deinen bevorzugten Waffen und deinem bevorzugten Kampfansatz passt. Kostet nur Gold gerade. Ah, die nächste Stufe kostet Materialien. Kleiner Reißzahn. Kleiner Reißzahn. Was sind Sachen? mhm, die hat der einfach bei sich. Aber dann werden wir ein paar von den Materialien verbraucht, die ich in der Tasche habe. Auch wenn ich wahrscheinlich bessere Waffen für den kaufen könnte. Zur Zeit werde ich ja kaum irgendwas Kostbares im Inventar haben. Bitte schauen Sie sich. Genau das habe ich mir gedacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gehen wir dir ein anderes Schild, Leo. Ob das Spiel widescreen unterstützt, kann ich nicht sagen, weil ich wie jeder Streamer natürlich kein widescreen Format spiele. Weil ansonsten würdet ihr nämlich schwarze Ränder sehen. Willkommen zu Björns Armourie. Und Qualität ist was du brauchst, wenn du zu leben willst. Okay, der spielt genauso wie sein Nachbar. Aber er hat Rüstung. Geht schon hoch bis 12.000 Gold. Aber ist ja alles basic. Before you check the price, just remember. Many thanks. I appreciate the business. I'm just well talking to you. While you're here, eh? Need anything? Okay, da ist ein verbessertes Lager mit Grasmuster, was besonders robustes gegen Monster, die in Vermont ihr Unwesen treiben. Kann das bescheidene Lager verkauft werden. Die Bücher eigentlich auch. Nutze ich eh nicht. Stopp' da again soon. So. Du hast übrigens eine Kiste in deinem Haus. The horror-perusal might reveal a lot of interest. Here you are, sir. From me to you. Spersierungen sind Fertigkeiten, die nur von Vasallen erworben werden können. Sie sind nicht unbedingt nur vorteilhaft, da sie dem Vasallen erlauben, unabhängig zu agieren. Das kann zu unerwarteten Konsequenzen führen. Doch mit ein wenig Geduld, Planung und gebührenden Sorgfalt können sie Spezialisierungen als sehr nützlicherweise und sind es wert, ausprobiert zu werden. Wenn du möchtest, dass dein Vasall eine Spezialisierung erlernt, wirst du gut daran tun, dich mit Leuten mit verschiedenen Eigenschaften und Tendenzen in der Welt um dich herum anzufreunden. Früher oder später werden diese Freundschaften Gelegenheiten bieten, in denen dein Vasall eine Spezialisierung erhalten kann. Ein Vasall kann immer nur eine Spezialisierung haben und das Erlernen einer neuen Spezialisierung ersetzt die alte. Ziehe den Eintrag, jeder Spezialisierung zu rate, um mehr Informationen über die Effekte zu erhalten. Vor die Hand des Wunderarztes. Er möchte aber sein, Heilmittel für dich und andere Verbündete aus eigener Initiative einzusetzen. Das geht aber jetzt nicht über den, ne? Ja, alles gut, Kindchen. Dann ist Leo einfach jetzt Wundarzt geworden. Und da ist der Runenstein. Hier ist das Gasthaus. Wo ist er eigentlich jetzt? Sieh einer an. Es gibt ein Lager. Aber wie ist, wenn ich Sachen einlager? Kann ich auf das Lager zugreifen, wenn ich irgendwas herstelle? Warum habe ich schon Sachen im Lager? Das ist die bessere Frage. There we go. Much obliged. Das sieht ausreichend. Any ideas as to how we might reach it? Willkommen zu der Stardrop-In. Wir servieren all manner of fine Ales hier. So, vertreiben wir uns ein bisschen die Zeit. Wir sollten ihn doch nachts hier treffen. Ich weiß, er stand gerade neben mir. Ich werde das Viertel öffnen. Überliches Viertel. Okay, hier ist der Geist. Das ist aber ausgeprägte Wangenknochen. Wie Vampir. Oh, ein Reisestein. Ein Stein, der den Benutzer augenblicklich zu einem Ort mit einem zuvor festgelegten Zielkristall befördern kann. Und das sind die ganzen Belohnungen, die du kriegen kannst mit dem Sammeln der Suchdinger. Charmantes Korsett. Ein Kleistück aus Dünnstoff, das Taille und Hüften eng umschlägt. Um so einen schmeichelhaften Effekt zu erzielen. Äh, wir müssen 150 Münzen sammeln. Hm, 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 hm. Flinkbogen. Rührt die maximale Ausdauer. Flinkbogen. Flinkbogen. Mehrfachschuss. Mehrfachschuss. Ist der bessere Schnellschuss. Wer herrner Schuss, der kleinere Ziele umwirft. Ja, sieht ja auch lustig aus. Achso, er hat separat. Eigene DPs. Eigene DPs. Okay. Ja. 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 Man kann sich übrigens an jedes Interface gewöhnen. Stoßexplosion. 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 Okay, das wird ne weitere Mission sein. Stoßexplosion. Ich muss noch mal rein. Certain Vocations are unavailable at present. Save to a... Let me see. What else can I... Me thinks Roderick will be able to tell you or... He runs the local armory. And we purchase almost all of our stock from him. May fortune smile upon you see... We'll not find anything, if we don't start the... Ding. Klar, ich kann mit dem Typ bestimmt demnächst auch mal, äh... ...reden, wenn er bei auf mich wartet. This really is fun. Oi, friend. Klaus sent word that you've agreed to rescue some of my pilfered equipment. Fair warning. Goblins are behind these oxcart raids, I've since learned. No doubt they're hoarding the stolen arms in their den. From the tell of it. Their lair lies somewhere along the western road. Pray do be careful. If all were to go awry... ...t'would weigh heavily on my heart. Losing my wares for good would make me sore. But no sack of gold can compare to a fellow life, eh? The goblin's lair lies... I hope you can reclaim old from the fiends. It would bring me... There's a ladder here. We ought to put it to good use. Hier ist eine Leiter. Wir sollten sie nutzen. Du siehst wieder mehr als ich. Ich bin der Etage zu hoch. I wonder what's going on in town. I think we might go and see. Pray allow me to open yon chest. stop Ich bin ständig in der falschen Etage. Ah ne, stimmt gar nicht. Ich bin nicht in der falschen Etage. Ich muss ja darüber, wo der Krug ist. Und ich laufe natürlich wieder vor Türen. Aber in der Stadt merkt man übrigens schon, dass die FPS manchmal ein bisschen runter geht. Kann man ja links oben sehen, leider nur in ganz klein. Your timing is impeccable. I just thought to call for you. It is not a matter for Prineers. Pray. Let us speak out here. Hm, tschö, ich habe schon ein bisschen getrunken. Hm. As I informed you, when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophance. Should Disa denounce your majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the days has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your majesty's power. None would be able to deny that you are the truer arisen, then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens, who have contributed greatly to Vermon's continued prosperity, will be granted entry. If your majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. The citizenry have called upon my soldiers to call monsters that plague the land. I dare say, it would be a fine contribution, were you to accomplish these tasks on aided. What say you? Might I ask for your cooperation in this matter? There were no rights. I thank you, your majesty. There are three locales that I've seen significantly. The second trouble of late. The first is Trevormine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to call an infestation of Saurians there. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. There were last... There is no shortage of beasts that need... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Deezer's misdeeds. I hesitate to ask something so dangerous of you, yet I fear we have few other options. I have attempted to do the same through my own channels of Fornell, though I have yet to uncover so much as a whisper of her plots. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits me from reckless action. What say you, your majesty? Might I ask this task of you? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. There is much we ought to tend to, if we are... Of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to your majesty's cause. I refer to Waldar, a magistrate, many a time as Deezer demanded Waldar amend the Code of Vermund to her own benefit. And many a time as the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. As a result, he now sits in a cell beneath the palace. Our laws dictate that your majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, I'm quite confident that Waldar would be willing to vouch for your majesty. What say you? Might you be willing to aid me in arranging the magistrate's release? Yad? I've prepared a means for you to enter the palace dungeons. Pray. Take this. This mission demands the utmost secrecy. Prithi, be cautious, your majesty. Should you be discovered? I will be unable to land alt in the way of aid. Mach dir nichts draus. Karrenstation West. Freudenhaus. Auf den Weg, Vasallen. Danke für eure harte Knolle. Ein Bordell, um es zu testen. Die schmeißt uns bestimmt wieder raus. Das Freudenhaus ist ein Etablissement, das auf die Laster der Adeligen und der vermögenden Elite ausgerichtet ist. Eine Mitgliedskarte ist erfreulich, um Zugang zu erhalten und seine Dienste sind nur für jene erhältlich, die sie sich leisten können. Auf jedem Stockwerk sind Kortisanen anzutreffen, die verschiedene Vorlieben bedienen. Lediglich die Dienste derer im dritten Stock stehen neuen Besuchern des Etablissement nicht zur Verfügung. Nur geschätzte Stammkunden können die Platinkarte erhalten, mit welcher man in den Genuss der Gesellschaft dieser exklusiven Kortisanen kommt. Ich kann auch nicht zusehen. Ich sehe schon, wir werden hier nicht die Befriedigung erhalten, die wir suchen. Dafür gebe ich nur einen Stern. Kann sich jemand mal überraschen hier? Ist er bestimmt gleich angegriffen. Ein Unfall! Nein! 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 Deine Mannschaft! Nein! Deine Mannschaft! Deine Mannschaft! Wenn ich bedient wäre, nenne ich mir einfach was mit. Ey, die Wärts hier aber ganz schön deftig. Dann nehme ich dich mit. Ich sehe hier keine toten NPCs, um die ich mir Sorgen machen muss. Voll geil übrigens, ey. Du bist abends in deiner Bude und dann kommen einfach viele Leute bei dir reingelaufen. Und klauen dein Hab und Gut und hauen wieder ab. Ich habe schon so, so wenig kurz im Ausgeben. Okay. Zwischen Mütternacht und Morgengrau in den Palast einbrechen. Es gibt Orte, die vollkommen tabu sind und andere, in denen dir nur zu bestimmten Tageszeiten Zutritt gewährt wird. Wenn du dich, Beispiel, eine Wache nachts auf dem Palastgelände erwischst, wirst du wegen unbefugten Betreten festgenommen und in den Kerker geworfen. Es gibt auch gewisse Orte, zu denen Vasallen allgemein keinen Zutritt haben. Maskenbälle werden regelmäßig im Maskensaal vom Schloss abgehalten und können dir eine Möglichkeit bieten, Bekanntschaft mit wichtigen Personen zu schließen. Maskenbälle sind allerdings formelle Anlässe und wird die Teilnahme nur gestattet, wenn du passend gekleidet bist. Sollte, wie lange du sein kannst? Ich habe nur gefragt, dass ich die größte Stanz zu erzeugen kann, um meine Kraft zu erzeugen. Es ist nicht unser Ort, um die Arisen zu erzeugen. Das war erinnert. Macht euch nichts raus. Ich seh mich nur um. Zurück mit dir Schurke. Es kann nicht sein, dass ich nur durch den Haupteingang ins Palastviertel komme. Na, jetzt ist auch schon wieder Tag. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen warten. Das Haus der Grenzwache. Vielleicht die Unterlagen als letztes klauen. Das Haus der Grenzwache. Achso, du musst deine eigenen Waffen beschaffen, wenn du Erzmagier oder Krieger werden willst. Das war ja das, das im Westen irgendwo ein Koboldlager ist. Aber ich denke mal, das hat mit der Mission hier zu tun. Die Spitznamen. Jetzt lass mich nicht lügen. Wir sollten einfach da drüber stehen. Gehen wir Monster jagen. Was? Was ist denn? Dann wird morgen Aparten sehen. Was? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ist okay. Ich habe nur geguckt, wo wir gerade die Stadt verlassen. Ne, Moment. Das ist übrigens der eigentliche Vassalenname, Leo. Weil mein heißt ja Leo Leonidas. Aber vielleicht kannst du das irgendwo einstellen.